ja genau bei mir jetzt einmal rein dann kannst du direkt anheften dann kannst du die nachricht einmal anheften dann bist du da sehr gut so unlimited gemacht so jetzt ja dass die nachricht oben bleibt sehr gut ja passt dann recht soweit da muss das an sehr gut michael naja muss ja noch die 100 prozent drauf wieder ja die dritte habe ich bin auch schon wieder gut runter ah dieser tank kann ich mag ihn nicht aber was soll man sagen ich habe auch die 77 nee dass das lustigerweise gegen das aber danach war irgendwie flaute ich bin ja wieder arbeiten michael deswegen wie man hörst du hörst du frucht ihn nicht michael und ich das jetzt hier wieder bei mir eine soundspur oder irgendwas gefingert hat muss ich da gleich mal gucken ja es kann sein dass weil ich ja die disco soundspur separat okay muss kurz aber den discord gleich ändern damit man dich dann hört sonst hört man die jetzt gleich im stream nicht meine aufnahmespur wahrscheinlich einen anderen discord channel drin und deswegen nimmt er jetzt sich nicht auf ja du kannst aber mit der maus hoch ich glaube ich kein panzer der nicht hochfahren kann selbst in type 5 und so können das hier muss halt ein bisschen gut fahren aber an sich kommt damit jedem hoch ich glaube ja vor allem halt oh mein gott das ist auch ein surprise gerade was auch mal der macht die letzten veräumt letzten richtig schön fish aim ich hoffe noch nicht dass hinter dir gleich einer ist weil das kann theoretisch auch böse ausgehen das obsidian ist komisch ich da auch manchmal ganz schön schwer ja ich habe acht sekunden dann können wir noch mal einen rein düdeln nehmen ruhig einen schuss dann warte und ich piek schon zwei hinten jaja wir müssen jetzt hier auf jeden fall in die richtung gucken obwohl wir die mitte nicht haben das ist halt Mist t95 steht da auf jeden fall auch nicht optimal crossen kannst du nicht mehr ne naja naja wir können ja eh nicht also ich bin jetzt hier nicht gerade die beste hilfe ich schieße ich schieße gleich zwei äh dreimal und dann war es das hier mit mir wir haben auch kein td hinten außer ein rein metall der jetzt gerade mal ein zwei schüsse rein machen kann ich versuche mal jetzt einen tanks zu töten sehr gut ich habe wieder gelb geämmt richtig schön gelb geämmt fühle ich die werden die werden wie gelbe ratten einfach auf dich aimen und sich keinen millimeter bewegt haben safe eigentlich könnte unser kpz die mitte einfach annehmen mit dem is3 dazu dann kannst du glaube ich mhm ich würde eigentlich versuchen die heavys jetzt hier platz zu machen weil die sind nicht so voll die sind nicht so voll und ich habe ja noch einen t95 den ich eigentlich nicht verkaufen will 53er alleine hier oben ja ja mache ich auch aber ich hänge immer teure preis schilder dran zieh mal den profit draus hä ach der liss oh god bitte machst du ne ach scheiße boah aber du lebst noch du lebst vorsicht Udis ich das jetzt einfach raus krass naja die könnte dich doch nicht filmen ich hoffe jetzt hat man braucht keine anstalten den dings zu töten ne der hat auch einen clip ne äh lol hä ok mit heat in der unterwand zweimal abgeprägt sah jetzt irgendwie nicht so aus vielleicht auch schlecht geben keine ahnung ich guck mal dass ich das einfach fix dass ich dich hier im stream rein krieg so sag mal was fuchti äh ja bitte ahja jetzt hört man dich ok ja ja jetzt ist zumindest ausschlag da chat habt ihr fuchti gehört jetzt das war zumindest ein ausschlag da unten beim pegel das war zumindest ein ausschlag da unten beim pegel das war zumindest ein ausschlag da unten beim pegel ja jetzt ok perfekt super alles ganz entspannt machen wir ganz entspannt ja gibt ja manchmal leute die sind ein bisschen unentspannter also für euch mal chat morgen äh also heute hatte ich ja mit der weiche wieder arbeiten kein urlaub mehr sedge ähm morgen werde ich trotzdem da sein ähm morgen vor früh auch dann wieder wahrscheinlich wieder länger raus streamen mal gucken ähm genau also michael wenn du morgen bock hast ich werde ab 6, 7, 8 irgendwo in die richtung streamen also wenn du bock hast ganz gerne mitfahren ah verlieh mir noch schade eigentlich meine zwei schüsse dann ist ja vielleicht raus und das sieht vielleicht anders aus ja ich mein der apz ist jetzt auch nicht wirklich der tank äh weiß ich nicht ein 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 Ja, gut. Wenn er einen D-Cap kriegt, können sie es gewinnen, aber du brauchst ihm nicht zu, irgendwie. Dann müsst ihr da links peaken, ich glaub das hofft er nicht. Wobei, vielleicht kann er sogar... Die haben viel AP, ne? 2-2. Ist halt leichter peaken. Oh, okay. Fit in safe shot. Okay. Aber das war nur noch... Theorie hat die Punkte halt, ne? Hm. Na, schade. Ja, das war's, das war's. 495 packt das im Leben nicht mehr. Nope. Okay. Yep. Okay. I'm so excited. I'm an Ofi. I'm so excited to see you, man. It just 펑iert. Okay. hey name na mensch ja machst du nix kannst du nicht alle gewinnen richtig aber dann machen wir das doch einfach anders die beiden hätt ich auch aimen müssen dann sehe das game oh je ist auch die karre mhm natürlich hab ich ja schon längst gedreimarkt naja wenn 3 Mark dann reichen würde man bin ja da so ein Autist der die 100% machen will 4 lights bläh naja klingt nach spaß hammer mhm sieht gut aus wand wohin walt oder ich haste links ja komm am 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 willst du hier vorne rein oder halt hier dieses komische neue kleinen hügel da mal spielen irgendwie werde ich von da haben auf gefahren in letzter zeit will mal gucken vielleicht kann man von hier wirklich gut fahren ob mein tesimo 70 hat eine fehlekonstruktion oder ich bin einfach echt schlecht mit dem tank hier wird mir das richtig wo ist unser leiter schon da ist ja nichts hier vorne kann ja event auch sein aber wird man sagen müssen wo wir jetzt zur kirche und dann schöner seitlich die typen im cap könnte man machen was aller und dann aufpassen dass wir nicht gierig werden und dann komplett zerlegt werden oder so hier bin offen hier das ist natürlich nicht so geil ich nicht und dann trifft meine gar nichts wo ich gerade sagen du hast auch nichts getroffen so wirklich ein schuss jetzt bin ich offen weil er elc ball hat naja da steht das 1 rechts oben pass auf hier aufgehen ist schmerzhaft sauber drei von drei ich kann das alles nicht mehr auf die gamma kurz zu fahren jetzt weiß mich zusammen kommen jetzt hier alter immerhin zwei von drei das ist ja schon ein erfolgserlebnis besser wird es nicht mehr wir verlieren den wald wieder übrigens oh mein ja wir sind jetzt hier nicht mehr in so einer geilen position wenn ich ehrlich bin ne aber ich bin wieder offen also der leid steht direkt vor mir das ist auf jeden fall eine ausbaufähige situation jetzt der auf jeden fall ein problem ist der badshatter jetzt im wald rumcruise kurz wagen einfach wieder zu ok der badshatter ist da mhm mhm tz 54 auch da ja sehe ich irgendwie schreckt den tsch und machte drei clips verschausende schaden oh man ey in mal naja er weiß dass du ihn wieder spielst das spiel weiß es einfach ach mal gerade ein bisschen zurück da habe ich gehe in den wald und versuche den odys wegzumachen naja ich war zum wald und mache den odys damit du nicht von hinten gleich abgefahren wirst mach mal er hat 1-2 gehabt ne oh nee ich kann den nicht one klippen von meinem glück prall ich eh wieder mit einem schuss ab die benötigen hat mich verstanden immerhin oh hinter mir 7-0-3 soll ich hab nur noch zwei oh was mit ihm hab ihn gut nein jetzt kracht der hier rein die benalty stich zu stich zu du kleine madel ja pix ihn oh jetzt wirst du umgestochen glaube ich ah nee der ist rot der ist rot keine sorge mal 1 hat er für hauen und ah und ich bin dead als ob ach ja du bist so rot aber aimen kann man trotzdem ja die frage ob man aimen muss gegen den t77 eigentlich auch auto ja eigentlich schon jetzt hab ich halt ein ebr hier drüben weg aus dem weg heiß und fertig weder ebnein die fährt rein und stirbt oder auch nicht s1 nein 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 s1 kommt zurück an 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 will er, glaube ich, nicht. Echt, jetzt muss ich jetzt hier Kass und Maus spielen machen, oder was? Oh, nee. Spott ich den da vorne nochmal, wenn er da langfährt? Denkt er jetzt echt erst zu? Oh, nein. Easy hat doch noch das Game gewonnen, wa? Ja. Aber ist halt auch wieder so ein T77-Game? Ich verschieße 40 Schuss für 2-2-Schaden, gefühlt. Oh, Mann. Nicht das Best Case. Ja. Okay, die Nachricht kam ja gerade erst an. Hm? Ja, alles gut. Hab ich mir jetzt zum Muten. Ach Quatsch, du kannst auch noch, du kannst auch noch reden. Ich bin da fein mit. Ja. Ich finde auch immer so, für jedes Moin oder so Muten ist halt immer Ja, äh, ist es auf jeden Fall Name, aber das ist halt eine Sache über Konstanz, ne? Du musst halt viel spielen. Aber vom Ding her auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall. Also es ist, ne, du machst halt auch ein Account mit wenig Games logischerweise schneller wie ein 8, das ist klar. Aber insgesamt, ich würde es auf jeden Fall weitermachen. Weil deine Overall ist Wurst. Im Prinzip ist deine Reason das, was du bist. Und deine Reason sollte das, also zeichnet das aus, wie du spielst. Hm. D77 finde ich die Map nicht so geil. Wie bitte? D77 finde ich die Map gar nicht so geil. Aber rechts, oder? Ja, würde ich sagen. Ich hasse links, das ist, naja, das links ist für den Arsch. Jedes Mal das Gleiche. Du piekst irgendwo, kriegst einfach nur einen in die Fresse und da steht irgendjemand halt da unten. Ja, ja, aber ich meine, wir können ja rein theoretisch reindippen. Haben ja, dippend sind ja von 1800, also irgendeiner wird und sterben. Ja. Wenn wir natürlich alles pennen. Ja, die Tigermaus einfach rein. Du musst pauschal schon davon ausgehen, dass ich einen nicht pennen werde. Ja, ja, Dito. Ich bin einfach nicht gut mit diesem Panzer. Das muss ich faktisch so sagen. Naja, aber scheinbar hat es in drei Marken ja gereicht. Ja, na gut. Also, wenn du 10 auf 4K fahren kannst, musst du jeden 8er, außer vielleicht jetzt sowas wie ein BZ marken können, finde ich. Ja. Also, ich habe ja viele Games gespielt. Ist ja nicht so, als wenn ich das jetzt in 50 Games gemacht habe. Ich habe ja 200 Games auf dem oder so. Das gleiche mit 122 TM war ich mir auch unnötig schwer getan. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt kürzlich content extended. Was ist denn das? Oh, komm, lass ihn direkt klatschen. Der hätte dir nichts zu suchen. Abgeprallt. Ordentliche Entscheidung. WT hat geschossen. Auf mich. Ich bleib mal noch oben. Ich bleib mal noch kurz oben. Oh mein. Oh no. Leo steht auch noch hinten. Äh, ich lade. Oh oh. Oh oh. Die haben ein bisschen mehr Clip-Potential, Bro. Oh no. Aber die clippen sich jetzt auf den anderen leer. Du musst gleich einen Clip da reinsetzen und versuchst, einen zu töten von denen. Ich kann nicht mehr runter. Scheiße. Na, ich weiß. Wenn du irgendwie kannst, versuchst, noch einen von denen wegzuklicken. Ne, ich hab noch 15 Sekunden. Das wird nichts. Obwohl, ich könnte den Skoda-Slayer. Ach du. Ich clipp den Skoda mal. Oder ich bin jetzt dead. Ja, ich bin dead. Weil die wie Sonte... Ja, blöd von mir gespielt immer wieder. Naja, die hatten ja den Plan. Bin jetzt auch zugegeben, haben wir uns nicht mehr reingezogen. Die sind aber auch mit W-Taste geboren. Heilige Scheiße. Also hier gibt's auch keinen Stopp. Hilfe. So meint. Nicht schlecht auf jeden Fall. Also da muss man auch einfach mal den Hut ziehen und sagen, dicke Eier. Ja, definitiv. So, aber ich renne mal schnell aufs Klo, weil der Energy, der möchte mal wieder... Ja, ist gut. Ich nutze mal kurze Zeit und ich prüfe das einmal Staubi. Ja gut, das ist halt... Ja, ist halt so ein Troll-Account, ne? So ein Troll-Account, würde ich jetzt sagen. So ein Troll-Account... Ist halt so... Ja, es gibt also noch das Auto-Account. Das ist übrigens auch... Das ist halt so ein Troll-Account. Das ist halt so ein Troll-Account, aber... Eigentlich war das dann kein Troll-Account. Also es ist auch ein Troll-Account mit Jonathan Gold. Genau das ist mein Troll-Account major. Da filmed muss kurz zurück er straxfen,stones, *** Danke sehr wie zum Troll-Account. Dein eine Troll-Account. Also hier ist das jetzt so ein Troll-Account. Let's do viel seafood- deles. Und das ist heute so ein Troll-Account unter dieses Thema... Es gibt also ein Troll-Account. Dein Account? Naja, nahm mir, weil es orientiert sich ja dein Gesamtaccount an der einen Runde. Und wenn du 17.000 Games hast, dann macht auch eine sehr krasse Runde nicht so viel aus. Weißt du? Naja, weil ich jetzt... Das war ja nur ein Booster-Klamme hier. Das war ja nur ein Booster-Klamme hier. Die Runde gerade ist natürlich wieder in Talfahrt gewesen. Na, ade. Haha, grounded. Banger. 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 Vielen Dank. Ja, Mann. Halbtraum incoming, Erik. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Ja. 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 richtig 36 damit schneidest ja karo zweimal getroffen ich habe großkaliber nicht du ich habe unterstützer genommen ja ich habe den astro angewächst weil er vor mir umgefahren ist zwei wo ich meinte scheibenbüscher typ 12 36 42 43 44 45 links rechts mag ich nicht links auch schwierig jetzt in dem szenario wir sind halt echt und hängt wir sind halt nicht so dafür gemacht um zu trainieren das hat kacke wir haben halt wenig wenig szenario schon probieren scheiden können wenn wir schießen das mehr so wenn die piken pulver so ein löwe den graben wir eh nicht aus auf jeden fall gut wenn die lights irgendwie im buschner mitnehmen das wäre schon wichtig ist er da eine grunde ah ok ich lade einfach 36 sekunden das ist so lange ich pralle ei ei ich kann das alles nicht mehr oh der miwi nein war weiter war weiter you think oder hätten schon schippetagdreck irgendwie nein der jotenk fährt nicht weiter und die bad shit gibt mir aus der mitte nach der sap dk ach man ich gehe defensiv ich lasse sie kommen das macht keinen sinn bin schon wieder gebrochen weil ich auf den hwk extra apcr noch drauf gehabt und abgeprallt ja wir können defensiv spielen lass sie kommen hilft nix versuchen unseren beiden helden da vorne zu signalisieren dass sie zurück sollen weil da vorne können wir noch immerhin verteidigen wenn die da reinfahren da wo die jetzt stehen mit dem IS-3 auch mit dem m2 da das ist miss warum crossen die jetzt noch nach egal egal kannst du nicht alle retten richtig ich sag die ganze zeit fahrt zurück drücken alle verstanden und fahren rein das ist unfassbar richtige an alphabeten oh die löwen sind doch naja rechts wird nicht viel kommen weil da kann man halt kacke pushen ja die seite wo die happys alle sind ist halt schon geiler kann es richtig schön spielen aber schade jetzt ist sie zu ja durch den leiten der mitte auf man und dieser ship attack ist auch so ein nuttenpanzer da oben alter die verhurt den sap tk seite oh der leite holt den hwk aus der mitte macht auch irgendwie miss da gerade jetzt hat er mich geöffnet kann er da nicht selbst stehen oder ich würde halt hochpeaken dann fress ich aber wieder vom hwk äh vom esser das lohnt sich dafür nicht der chat also so peak den jetzt einfach weg was er mit unserem lp der hätte auch schon längst hier spotten können oder sowas ich werde nicht klein schießen klein schießen bringt in der regel gar nichts mit dem autoloid schon mal nicht allen anderen hätte ich schon längst klein geschossen ein paar mal aber mit t77 ist halt echt schwierig hey wirklich dieser sap tk ist so ein nuttenvieh vk heavy steht noch da by the way das kannst du dir nicht ausdenken es ist alles geisteskrank ist alles wieder echt geisteskrank hier alles geisteskrank bin absolut bei null wurde absolut runter gefarmt und unsere leute verlieren das senden scheinbar sowieso ich versuche jetzt die runde noch zu retten wir haben zwei lights die könnten doch hier so gut spotten irgendwie versuchen die runde hier noch zu retten ein bisschen willst du in die büsche gehen und ich spotte für dich na bringt glaube ich nix die leute sind schon hier vorne überall aber ich lad mal ne heat wenn du hier stehst sind dann die büsche ein doppelbusch und ich kann hier stehen würde eigentlich noch gehen dann können wir zum wissen mal hier ein bisschen damage machen weil die ja reinpicken müssen ja ich glaube die pushen jetzt einfach und spielen jetzt nicht pussy da an der kante oh nein ey man hat der highdown action aus ich hab ja jetzt gar nicht gebrauchen und einfach reinkrachen da jetzt komm ich pique auch noch nicht warte bis einer cross dann picke ich fankt paul na macht der löwe irgendwas ok sie sind sich oben mhm aber ich muss aim aber das war es eigentlich schon ne kannst du durchladen laddurch laddurch oder ich werde nicht durchpushen jetzt 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 er ist halt type hinter uns das ist auch ein problem wieso wir haben ja noch einen defender cool ap btk ist da ja ok auch durch die mitte gefahren wie so ein trottel mhm naja jetzt fallen wir halt mal ein einzelteil auseinander oh diese gun mark ist so ein hochweg kracht natürlich jetzt unten rein da will ich nicht drauf schießen oh nein ich hatte einen schuss drinne hab ihn verkackt egal versuch na auf was können wir gehen mal vk ne zwei rolls mitgenommen jetzt bin ich leer hammer na ich bin auch noch am nachladen tatsächlich was ich sagen absolut nicht also die gun heben und den mund aufmachen mhm kurz die liga kurz geben auf klone echt ja jo mach mal das war es leider für mich schade das war es leider für mich schade doch hier ich du w w w w w Vielen Dank. 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 Ja, was ist denn das? 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 Ja, was ist das? Ja, was ist denn 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 das? Ja. 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 Ja, aus der Fahrt. Ganz entspannt. Ja, aber wenn ich über Spot komme in der Runde, dann ist die Runde eh durch. deswegen vielleicht einer reingegangen auf den pdr oh, da ist Lars ups, ich hab ein bisschen was aufs Maul bekommen ich bin nicht mehr offen I'm face one aber der soll ja bloß stehen bleiben, Mann na, Leo steht auch irgendwo immer noch an dem Stein dran 500 ist ja gerollt, Alter hast du mit dem Ding aber auch immer so unglaublich oft Low Rolls, also jetzt mal so Aluhut runter, ich hab das Gefühl mit dem Tank macht man richtig, richtig, richtig dermaßen viele Low Rolls 77er ja ich hab mal einen Schnitt, ich hab mal hier über so ein Ding Tool die Schnitt, Schnitt Shots 600 von der Tigermaus Hilfe ähm hab mir so Schnittschüsse ausrechnen lassen und ich hab einfach 324 Schnitt Damage auf dem Ding bei 360 Alpha find ich das schon ein bisschen kacke mhm das ist ja, das ist gut so, man hat mal High Rolls, man hat mal Low Rolls, ne das ist ja auch okay ja, ja, ja aber mit dem Ding hab ich wirklich überwiegend Low Rolls also, massiv überwiegend das ist schon unangenehm viel ja hier na gut, jetzt hab ich 389 und 299 gemacht, aber ich hab 299 ich will den hier in Roxy halten, aber ich glaub den kann keiner abschießen na ich könnte, aber so wie er steht, kenn ich ihn nicht mehr ah doch ok ok gerade beiden Schuss in den Sand gesetzt ok 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 alles mit ihm was geht ab mit der Gun Mark nach oben ja nehm ich ein bisschen besser, hab ich auch noch mehr ja okay johann 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 Kian, morgen bin ich übrigens ab 6, 7, 8, irgendwie so morgens live. Bist du dabei? Ich hab morgen Berufsschule und ich hab nicht so Lust, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hab ja gerade entschieden spontan, ich bin morgens zu Hause. Hey, Richie. Berufsschule langweilt mich so grauenhaft an. Vielen Dank. Ich hab eher an Dubsnip oder sowas gedacht, weißt du doch. Oder Techno. Techno? Techno? Bitte nicht so aufrechen. Oh Gott, Techno. Ja, Techno, genau. Techno, bitte. Bin sehr großer Techno-Fan. Aber Techno spricht mich. Warum, Kian? Also, was war der Mehrwert davon? Haben wir getrackt? Na, ich komm da nicht ran. Bin zu doof. Oh. Äh. Ich glaub, ich hier überhaupt richtig stehe. What the fuck? Ist das hier für ein Typ? Hilfe. Bin ich überhaupt richtig? Ich spiel den Modus nicht. Verdammt. Kian, was machst du genau für eine Ausbildung? Oh Gott, noch. Vielleicht da hätte man's tatsächlich nicht aimen können. Das klingt super langweilig, Kian. Ist doch keiner, was du da machst, oder? Na, fang. Natürlich, 90er halt. Mal ein bisschen Abwechslung hier, hm? Außen wie färber? Ja, ich seh schon. Aber ich komm da nirgendwo ran. Der Team ist nicht so smart, was die Spot-Positions und so angeht, aber. Sehr entspannt, Kian. Na, okay, ja. Fühl ich. Bin auch immer froh, wenn meine Kollegen krank sind oder nicht da sind oder so. Und ich dann quasi die Abteilung für mich allein hab. Weil ich immer richtig schön Provisionen farm. Ich bin auch immer froh. Vielen Dank. Ja. Ja. Ja, was muss ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab einfach immer noch 486 mal mal 5, Alter. Hilfe. So. Ich sag in die Uhr. Okay. 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 Ich werd jetzt sonst nochmal mit dir so zwei, drei Röhnchen fahren, PJ. Ich würd nämlich sonst gerne auch nochmal 9er weiterfahren bis in 3 Marken. Ja, du. Alles gut, klar. Drei Marken. Ja, sehr gerne. Gut. Du hast deine Mission mit deinem 100% wieder. Ja, ja. Wollen wir reinkrachen? Äh, ich hab's gesagt, einfach unten rein, wa? Ja, ja, genau. Einfach reinkrachen. Genau. Ich mein, wir sind eigentlich den Gegnern einfach überlegen. Ja. Ates 450 hat er auch enjoyed auf 100% zu spielen, den fand ich geil. BZ 176. Wenn er da kommt, müssen wir den Fokusen. Ja. Tatsächlich. Ah, der wird ja locker kommen. Ja, ich mach mal hier einen Clip lieber für den ersten. Mhm. Falls er da echt reinkracht, will ich mit ABC ja keine Lackshots machen müssen. Oh. Junge. Diese E-90s. Keine... Oh mein Gott, Iso. Sorry, ich hab ihn ein bisschen abgedrängt. Ja, es könnte uns auf jeden Fall vielleicht einen Schuss ins Gesicht hageln. Weil die Iso, glaub ich, auch anerkannt und stehen bleiben wird, das wird ein Problem. Ah, ich zieh durch. Ja, ich auch, aber ich glaub, er wird anerkannt halt so einmal stehen bleiben. BZ nicht hier, alles entspannt. Ah, easy. Nice. Ja, guck mal, wir können sogar hier eigentlich komplett ranfahren, oder? Ich geh nach rechts drüber, ne? Mhm. Rechts? Warte, ach so. Ja, weil ich hier... Du willst hier. Ja, genau. Aber die müssen die Wand zerschießen, dann könnte ich den Scorpion jetzt richtig rasieren. Ah nein, die Wand, man rasiert auch einer die Wand da bitte. Boah, wenn einer die Wand rasiert, dann mach ich den Scorpion platt. Das reicht's mir. Das versier ich dir halt selber. Boah, dann versier mal selber. Wo ich da gar nichts gemacht. Weil wir haben ja alles über uns drüber, Alter. Na ja. Na ja. Oh Mann. Na gut, also, wenn wir mit ansprechend hier rauskommen, ist auf jeden Fall nichts mehr. Ne. Also ich cover mich da vorne ranfahren? Oder? Der blickt's nicht, der Süßer. Er nennt sich Süßer69, aber der hat noch nicht verstanden, dass ich hier bin. Der ist halt noch... Mann, Skoda. Oh mein Gott. Bro, bitte. Fahr nicht raus, wegen links. Ich weiß, ich weiß. Ach, was da Leute für ein großartiges passieren. Na, ich glaub nicht, das ist Mario. Warte mal. Warte mal. Na, ammo racked zwar, aber egal. Guck mal. Ich hab getrackt. Kannst du einen geben? Ja. Na klar. Der wurde irgendwie gerade ein bisschen gebaitet durch deinen Peak. Warum auch immer er sich da nicht baiten lassen hat. Ja. Du schießt einmal, du lädst dir das ja sogar wieder nach. Naja. Nicht beschwerend hinnehmen. Glaub ich werd mal jetzt links rausfahren und dann hochfahren. Den 50TP da oben mal rauslatschen. BZ hat? BZ hat. Ja, ich fahr auch hoch. Weißt du, hast diese 90? Aber ich will den 50TP auf jeden Fall. Nice. Oh mein, also wirklich. Chat bitte, bitte. Ich brauch mal nette Worte. Ich kann das alles nicht mit der Kanone man. Das ist so ein schlechter Panzer Das ist nicht mehr witzig Was das für Schüsse sind teilweise Aber jetzt Kian No cap Das war doch kein Aimingfehler, oder? Also das ist doch echt einfach Also Verämlich so böse Dass die Schüsse so da rauskommen aus der Gang Scheinbar Muss ja wirklich so sein Dann raff ich das echt nicht Geile Hold-Down-Position gefunden Ja, nur dass der Hori dir durch den Turm schießen kann Kann er nicht Gefühlt jeder Achter-TD kann Irgendwie jedem anderen Achter durch den Turm ballern Na, nö, bei dem T ist es tatsächlich Oh Yay Und wieder hab ich Alter Alter Ich brauch Schüsse auf einen Hori, bitte Ja, warte Der nagelt mich, sonst geisteskrank Danke Das ist nicht normal, Alter Die Schüsse schon wieder Das ist nicht normal Das ist so krank Ich lock die raus, keine Sorge Die pieken auf mich gleich Nein, jetzt krieg ich Spotting Scheiße Der war frech Ich hab den irgendwie auf Was ist das? 440 Meter Einfach Einfach Copola-Snipe gegeben Den TS fand ich auch sehr geil Muss es sein Die Gun ist vor allem auch halt sehr Also sehr zuverlässig Ich mag Ich mag zuverlässige Kanonen Deswegen mag ich den Tanky auch nicht Kann sie auf, auf mich zu schießen, bitte? Kann sie auf, auf mich zu schießen, bitte? Ja, auf mich zu schießen, bitte? Ja, er muss So, ich drehe jetzt noch eine Runde mit dir Wenn es dir okay ist, ja? Ja, alles gut Und dann gehe ich in meinen Bruch Krass Ja, komm Einmal hast du wieder Wie viele Follower? Michael, willst du gleich mitfahren denn? Oh, hier nochmal ein Härtefall fürs Ende Ah, was denn? Nein, du wirst eine blöde Map wieder Und auch noch gegen 10 Na, die Map ist wirklich nicht dankbar Auf anderen Maps sage ich 10er, okay Aber hier ist echt schwierig Ich meine, so ein 60 TB Der holzt dir wirklich durch Ja, vor allem, der hat so eine Trollarm Oder ich habe zwar 300 Millimeter Heat Aber der trifft den genau einen Also einen Millimeter falsch Und dann bauinst der Schuss wieder Hm, naja Ich mache Medline Ich habe da gar keinen Bock auf die Happies Sehe ich mich nicht Ja, ich glaube ich Ja, einmal hast du nicht viele Punkte habt denn Also wie viele Anstandspunkte habt ihr Oder ist das bei 7 Leuten egal? Ich weiß es gar nicht Ich habe das einfach viel zu wenig gespielt 1000 bis 1000 von 100 Ähm, vom Ding her wäre ich glaube ich sogar wirklich gleich ein bisschen dabei Wenn ihr irgendwie seine TS oder so Legende Das ist natürlich schon ein Ansporn Legende ist hart Ja, vom Ding her wäre ich auf jeden Fall Würde ich mal 1-2 Runden antesten Wie das so funktioniert Bin halt nicht der größte Freund von Ansturm an sich Aber ich würde die Daily Missions halt gerne noch machen Bin ich jetzt wieder entmutet, ja, ne? Oh, die hörst du nicht? Ja, ich hör dich Ich hör dich Bei Discord höre ich das immer nie Das irritiert mich Mach mich nervös Ich glaube aber auch nicht einmal aus sich klappt Das ist aussichtslos Nicht, weil man nicht gut genug spielt oder so Aber es ist super schwer voranzukommen Also in 4 Tagen von 1000 bis 1500 Punkten in Legende reinfahren Boah Kann klappen auf jeden Fall, klar Aber es ist schon Geisteskrank schwer Wie gesagt, also ich würde wahrscheinlich schon ein paar Runden mal mittesten Wie es so läuft Wie so Kommunikation und alles ist Aber er würde dann halt streamen, ne? Imos, wenn das okay ist Also dann müsste es halt ein bisschen benehmen Das wäre mir halt wichtig Das wäre mir halt wichtig Jo, eins nervt mich da vorne Jo, mach ich gleich Also meinst du auf Discord jetzt oder in-game? In-game In-game, jo, mach ich gleich Was ist denn da links in der Ecke eigentlich für den TD? Kein 90 Da wird der andere da auch da sein, oder? Wahrscheinlich Mhm Sicher Da ist der Doppel-Kin 90 da in der Ecke Klingt nach Spaß Auf jeden Fall Kann mir gar nichts Schöneres vorstellen Da sitzt jetzt wahrscheinlich einfach ganz viel Böses im Busch Jo Vermutung war richtig Oh, ein 3 aus 3-Clip Ich gehe wichsen Wie sie mich alle angucken, ey Heilige Scheiße Also läuft hier 77 aber echt gut Also ich fahr gar markmäßig eigentlich straight hoch gerade 92 irgendwas gestartet Bin dann schon wieder bei 94 jetzt Weil ich mich nicht beklagen hatte Einen Clip würde ich auf jeden Fall gerne noch mitnehmen Ach man, ey Oh, das Game ist gar nicht so gewonnen Oh, scheiße Chill, chill, chill Ich bin gerade ein bisschen zu Ich fahr gerade zu straight dafür, dass Ich dachte, dass es deutlich gewonnen ist Also ich wollte gerade Inten für Damage Aber muss ich ja noch gar nicht So doll ist das Game ja noch gar nicht entschieden Löd, das stimmt HP sind noch fast even, also echt noch alles drin War schon an einem Punkt gerade irgendwie so vom Gefühl Dass die Runde schon durch ist BZ da Hit me baby one more time Aber man könnte meinen, ich hab ein Bier in Tust Aber gut Ah, der BZ eimt mich jetzt hier blöd ab Das ist ekelhaft Es fehlt auch noch ein FV, by the way Ja, der sitzt halt oben in der Ecke 100% Aber dann die Tatsache, dass der da oben drin sitzt Beflügelt mich nicht gerade reinzufahren Verstehe ich Das der BZ jetzt da steht Ist halt ein bisschen nervig Weil der dann halt hier gut reinpeaken kann Kannst du den BZ irgendwie knallen? Ne, ne? Nö, aber M103 Mein VB knallt gerade auf den BZ drauf Aber der kriegt es irgendwie auch nicht hin Für mich überhaupt nicht Imos Also gar nicht Ich spreche persönlich fließend Englisch Das ist gar kein Thema Der Sidescrap war ambitioniert Ja, E75 und so guckt auf mich Also kannst du löten Du Lüger, du Lüger Ich weiß, ich weiß, er hat gedreht Ich hab's auch gesehen, aber ich war gierig, bin ehrlich Oh Gott, ich bin auch dead Ja Ich hab' ja noch einen zweiten Schuss in der E-BZ reinbekommen Dann wär' die Runde echt gut gewesen So war sie okay 10 zu 8 Wir haben da noch hier ein paar Menschen Der Fiesling Können doch alle einmal hier kurz picken Der Typ getretet mich mit Sicherheit jetzt aus meinem Leben Pups daneben, Pena lief mir, ich follow Küsse dich Okay, Furti Ich küsse deinen Fruchtshake Vielen Dank für die Runden Ich danke dir auch für die Runden Wir sehen uns Wir hören uns eh Ja, wir hören uns wieder, ne? Ja Viel Spaß dir noch Na dann Danke Ciao, ciao Tschö, tschö So Die Ammer Endaccount hier Ach, Bock da an D Okay Bock da an D Hört sich so Ja, hab ich gerade auch erst gesehen Das D erstmal aktiv überlesen Das war mein Lieferungskullingame Ach, die Crew So, we are ready Ich muss wieder nur einladen Ich muss wieder einladen Ich muss wieder einladen Ich hab aktuell nix, ne Ja, das ist Das spinnt ganz gern mal Komplett legit gar nix Ich re-log mal kurz Vielleicht trifft das Herr Merlin, vielen Dank Danke für den Follow, grüß dich Hey Willi Versuch nochmal jetzt Amos Vielleicht ja noch re-log Das Fan Request kriege ich Ah, WG wieder in der Nutshell, das ist ja auch schön, schön zu sehen, dass ich keinen Invite kriege Ich krieg hier leider gar nix, Jungs Soll ich auch machen? Ja, warte, ich versuch's und dann versuch ich dich einzuladen und übergib dir einfach Probieren wir mal so Vielleicht klappt das ja Das scheint zu klappen Ah, guck mal, jetzt kriegen wir's doch hin, sehr gut Sehr gut Jetzt geht's doch Jetzt geht's doch Also Chat, wir spielen jetzt ein bisschen Ansturm mit den Jungs. Ich muss eh noch die Dailies machen und das bietet sich an, dann mal ein bisschen mal ein bisschen hier in 7er Gruppe zu spielen. Hey Boys. Moin. Ich bin Ueskut. Ihr braucht noch einen, ne? Ja, du musst mich eben den Führungen geben, dann kann ich ihn einladen. Sollen wir Englisch sprechen oder ist es nur so zwischendurch mal Englisch? Was soll ich lieber? Größenteils Englisch. Größenteils, ja. Ja, passt, Askal. Äh, wer ist ich nochmal? Pascal, ups, daneben. Komm. So, wo haben wir ihn denn da? Äh, ja, so, ja. Yeah, we're gonna be full. Ich glaube, Streamen nehmen wir an, das passt, ne? Ist okay für euch. Alles gut. Jo. Ob es Legende ist natürlich noch ein sportlicher Weg, ne? Ja, ich versuch das, ne? Ich würde sagen, erster Master reicht, wa? Ich wollte auch gerade sagen, Master wäre für mich noch ein Fein. Ich habe jede Season bisher Master gemacht, weil das ist zu viel Kopfschmerzen in Legend. Und so viel Geld. Ich habe tatsächlich auch jetzt für einen Kollegen, weiß ich, Gold rein, wieder raus in Bronze, Gold rein, wieder raus in Bronze. Das ist mir einfach zu stressig irgendwie. Ja, ja, man kommt so schnell hardstuck. Egal wie gut man ist, man kommt einfach zu schnell hardstuck und dann war's das. Ja. Ja, das ist wahr. Das ist schon krass teilweise. Außer man ist Darkie und carried das Game allein. Der hättest, was? Was war das jetzt? Keine Ahnung. Ich habe dir den... Bunny? Weil man fairerweise sagen muss, dass selbst wenn man extrem gut spielt, hier manchmal einfach keine Verfügungsgewalt hat über die Runde. Du kannst es noch so gut spielen, manchmal ist einfach der Wurm drin. Ja, völlig. Ich bin bis Gold B gekommen und dann hatte ich keine Lust mehr. Bin ich wieder gedroppt und dann war's das für mich. Ja, das verstehe ich. Ich bin auch heute von Silver C gedroppt bis Bronze A oder so. Ich bin auch heute mit dem Spiel gefunden. Wow. Bogdant? Ja? Du bist der Commander, so was können wir tun? Ich weiß nicht. Wir können uns in der Mitte spielen. Ich meine, wir können wahrscheinlich nur in der Mitte spielen und 3 CSs auf die Höhe. Ja? Ja. We should just pressure the mid fully, I would say. Do I take 50 or tpp for a mid? Is somebody taking a light? We should probably take one light to get the hill. If someone has. I don't have. Okay, got it. I'll try to go like this and see what happens. Should I go up the hill? Yeah, sure. But you have to forget the plane to do it, right? No, what do you want to say? We want a scout. Oh no, he can't do it. He can't do it? No, he's the only one who can't do it. I forgot to do it. I think they're playing here. Don't go in. Okay, no, slow. We can fuck them, we can fuck them. Just take the cap and aim for them. We should probably push top if there's like more bottom. Yeah, like we can push top. Why did you push? We should push top now. Like there's only three guys or four maximum. Yeah, you have to push. Yeah, yeah, yeah. We have nothing else. Someone needs to kill the ramp. Fuck. Like one guy needs to kill the BZ. He's dead. No memory core. We shouldn't take too long now. They're coming up the donut. Oh my god, I'm tracked. Ask Kong is tracked. Ask Kong is tracked. Like we can fuck him. Okay, like we have to go in. Like no other choice. Let's go. 60TP first. 60TP first. Oh my god. Take the one on the right first. And then push towards the rock. One more shot. BZ shot. BZ shot on the hill. Can you maybe play against him a bit? I'm getting focused for fuck's sake. Next one 60. Lucky. TPP. TPP now. TPP now. Coming in. Engine is damaged. 7 coming in. TPP one shot. Unlucky. Nice. BZ shot, by the way. Wanna die anyway. BZ is seeing. Kannst du versuchen, nach der Hill mit den Heavis zu versuchen, um nicht zu f***en, um die BZ zu f***en? Ich meine, die EBR kann technisch... Es wird schwierig sein. Oh, wir sollten das nicht mit der EBR machen. Wir sollten einfach nur in der Mitte pushen. Es ist sinnvoll zu pushen hier. Ja, und also mit dem... Das Foto, wir sollten uns nicht mehr kontrollieren. Aber... Next time... No, wenn wir spielten drei Leute, wir sollten uns nicht mehr über die Rampen kommen. Wir sollten nicht mehr auf den Rampen kommen. Es sind 60 TPs, sie haben nicht DPM. Wir können einfach f*** sie komplett. Und ich meine, sie sind nicht wirklich gut, so... Ja, wir sollten nicht wirklich... Wir müssen mehr als Gruppe spielen, ich meine, seit wir 7 sind in Discord, wir können einfach nur zusammen gehen, in einem Ort, Dump' sie, kill' sie, fokuss' sie, und dann wird es immer easy-wins werden. Wie ihr gesehen habt, wenn wir alle in der Mitte gehen, als ich gesagt habe, wir könnten einfach nur Dump' sie mit 7 Tanks auf 4. Das ist einfach nur ein 3-win. Right. Ja, und wenn wir eine Light nehmen, sollte es nicht EBR sein. Ja, ja, ja. Wir brauchen diesen Spot, wenn wir eine Light nehmen nehmen. Ja, wir sollten nur eine Light nehmen und dann 6 Fighting Tanks spoten, sehen, wo sie sind und wo sie sind, wir sollten sie komplett haben. Das wird die easieste Art zu spielen. Ja, ich sehe das. . . . . . . . . Nicht EBR? Ich weiß nicht. Ja, wir sollten drei Russische Heavys direkt in die Richtung. Nein, nein, wir brauchen zwei Scouts. Ist jemand ein Med? Oder wir gehen voll Heavys? Ich denke, wir könnten eine CS um das zu nehmen. Oh, das ist ja. Okay, ich bin schon geholfen. Du kannst es versuchen, wenn sie da spielen. Aber du kannst es versuchen. Okay, was ist der Plan? Ja, du kannst den Korner direkt. Mit mindestens drei Tanks. Okay. Ich habe Tappen. Okay, sie spielen auf der anderen Seite. Ja, sie gehen direkt und nehmen die Strik. Ich gehe auf der anderen Seite. Ich gehe auf der anderen Seite. Also, sie können voll Map-Control nehmen. Wir bekommen das für frei auf der anderen Seite. Wir können zusammen mit den drei Tanks gegen die drei. Sie gehen für die Strik und die Spotting. Ja. Aber es sind vier Leute hier. Ja, das ist okay. Wir sollten nicht pushen. Oh, Bunny, du bist ein bisschen aggressiv. Ich gehe auf der anderen Seite. Ich gehe auf der anderen Seite. Wir müssen zurückgehen. Wir müssen versuchen, umbogdan zu helfen. Wir müssen versuchen, umbogdan zu helfen. Wir müssen versuchen, umbogdan zu zu tun. Wie ist er so schlecht auf diese Seite? Wir sind flanked, wir sind flanked Du musst etwas machen mit dem Kann ich 1 Bockdown? Okay Ich werde ihn Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen mehr agressiv auf das Starten zu machen Warum sind wir... Ja, natürlich, Mann Ich verstehe, warum sind wir mit 7, wenn wir nicht kommunizieren und etwas tun Das ist kinda pointless, ehrlich Ja Oh mein Gott, okay Es gibt Wurst, aber ich bin weg Es ist nicht wirklich hilfreich, ehrlich Wir sind nicht kommunizieren Wir sind nicht wirklich smart Wir sind nur zufrieden Es ist kinda Point Waste und Zeit Waste Sorry Glücklich, Leute Danke Michael, bist du auch online? Gut Ich eingeladen, Michael Kannst du ja schon mal TS kommen? Ich kann auch schon mal TS Gerade ins Game, sagt er Ich fass es nicht Was soll TS, oder? Das ist nicht eigentlich Ich bitte in der des Numer 2 2 4 5 3 4 5 7 Kann ich ja noch eins machen, ne, wahrscheinlich? Was war meins? Ich habe gleich direkt mal, zwei Minuten. Oh, warte, kurz. Dann warte, kurz. Ich habe jetzt genug Bonds, um theoretisch den FV zu kaufen. Belegen, ja, den er vorher wie, aber ich belege, ob ich jetzt für ein 121B spare oder ich noch versuche, ein Konzept zu holen, aber den Konzept kriege ich eh nicht mehr. Ein Konzept will ich auch an sich, aber ich habe auch keinen Rabatt drauf. Ist auch nur Wilber oder was zu ihm auch was, wenn man den gerade frei hat. Habe ich mir heute hochgespielt, ne? Also du willst, können wir gleich noch ein bisschen Bissions machen in Anstorn? Ich hätte sonst gar nicht ranked spielen sollen. Hm? Ich hätte sonst gar nicht ranked und er ist wieder angefangen, ne? Ja, ist alles gut. Ich will ja nur diese weak Demissions machen, weil die halt noch ein bisschen Belohnung bringen. Geisteskrank Lust habe ich da auch nicht drauf. Ich hätte heute im Schnitt 6k Damage, aber da waren halt trotzdem Games dabei, die man nicht gewinnen konnte, ne? Ja, ist das, man. Hartzsack ist besser, hartzsack. Da machst du nichts. Ja. 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 Ich bin durch. Schnell. Da war hier die eine mit dem Berg. Die eine mit dem Berg? Es gibt auch, glaube ich, nur eine mit dem Berg. Der in der Mitte mit der Brücke. Wien. Was? Brücke? Ja, in der Mitte. Ah, Bergpass? Nein, nein, nein. Westfield? Digga, was für eine Brücke? Was für eine Brücke in der Mitte? Wenn der da gleich rauskommt, kann ich dir sagen. Brücke in der Mitte? Ja, die Kumpelsbrücke, ganz klein. Und immer auf dem Hill. Egal welchem Panzer. Ach, Tundra. Ja, Tundra. Ja, was für ein Mann fährt immer auf dem Hill. Was ist das denn wie ein Call? Das stimmt auch gar nicht. Fahr da nie auf dem Hill. Fuck mich voll ab, diese Hill-Seite. Nee, Hill kann man am besten spielen können. Gar nicht. Viermal Pattentank, Alter, was ist jetzt los? Ach du Scheiße. Was ist ja Futter. Das ist ja Futter. Abfahrt. Vielen Dank. Jemand auch das 2-8-3 spielt. Jemand auch das 2-8-3 spielt. Jemand auch das 1-8-3 spielt. Jemand auch dasolenpapetentankin fährt dahinten. Jemand auch das andere erinnert. Jemand auch das was sagt alles. Jemand auch das nicht der Platountyp. Jemand auch das andere. Jemand auch das andere. Jemand auch das andere. Scheiße, Alter! Zweimal abgeprallt! Beim Lightlane? Ja, am Arsch und in der Seite! Ja, und die petten könnt ihr zerreißen, Alter, ich krieg da jetzt nichts drauf, scheiße. Warum stehen hier im Platoon? Von alleine hier an? Der Cobra rasiert gerade da hinten. Aber der hat vergessen, dass er Reload hat irgendwann. Ja, aber der kommt weg. Alter, da steht einfach... Alter... Da steht einfach nur Schwanz in der Ecke. Wo kommt ihr alle her, Alter? Junge, guck mal hier! Was geht denn hier ab? Ich will ja nicht, ich will zurück, ich will weg, hallo. Junge, man bleibt ja nicht in der Mitte, ihr könnt doch die Mediums da oben abfahren, die gerade durchpushen. Ich dachte, hier passiert mehr, oder? Nee. Nicht wirklich. Aber wenn die da hinten stehen, weißt du ja nicht das. Ja eben, ich will da gar nicht rauspieken, die ficken dich erst, bevor du sie siehst. Dann fahren lieber da hinten die andere Seite. Also der Typ und das Objekt fahren einfach durch und festgehen nichts. Undi, du geiler Toilettenrandschnüffler, du. Wie geht's dir, Mann? Vielen, vielen Dank für den Raid. Wie war dein Stream? Bist du Schiffe oder Panzer gefahren? Was war's? Und Joggelmann, vielen Dank dir für deinen Reset im 34. Monat, Mann. Vielen, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Joggel, hast du noch gelesen im Game? Ich weiß jetzt nicht, ob du die Nachricht noch gesehen hast. Ich glaub, du mit Alisa spielst, das weiß ich jetzt nicht. Ansonsten hätten wir noch einen Platz frei. Aber wie gesagt, Andi, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall. Hast du Weird TS-Daten noch, Joggel? Danke. Meine Sauer töten können. Jo, vielen Dank dir, Andi. Jo, vielen Dank dir, Andi. Jo, vielen Dank dir, Andi. Ja, die Runde war okay für das, was es war. Ah, Alter, da ist er ja. Oh, warte, du bist gigaleise. Hilfe. Warte, warte, du bist gigaleise. Hilfe. Warte, warte. Sag mal was. Ich hab noch gar nichts gesagt. Ah, perfekt, Digga. Einfach schon von ausgegangen, dass du zu leise bist. Wie geht's dir, Mann? Perfekt, einfach gekoppt. Aber du bist bei mir einfach nicht zu hören. Hm? Ja, ich hör dich grad nicht. Ich muss das Problem erst finden. Ja, moin. Du bist bei mir grad nicht zu hören. Tails macht grad Faxen. Stabil. Das wäre ja ein großer Chat. Was halten die davon? Der Turf hat gern total. Oder weniger. Zeig noch mal was. Jetzt, jetzt, jetzt. Okay, wird besser. Ja? Wieso? Hörst du mich jetzt, oder? Lautstärke anpassen. Unfassbar. Hörst du den Mann mal lauter? Unfassbar, dieser Mann. Ne, TS hat einfach wieder meinen Hetze rausgeschmissen, weißt du? Ah. Wieder TS. Ja, ja, ja. Die einfachen Ausreden. Ah, da hört man. Da ist er zu hören, der Mann. Da ist er ja. Oh Gott, was ist das für ein OP-Platoon? OP-Platoon? Dieser Tank ist scheiße wie sonst was. Junge, hast du gesehen, wo ich geprallt bin auf den 54 light? Das ist Bruchfahrzeug. Ich hatte eine Großaufnahme, hallo. Naja. Ja, aber was spiel ich jetzt dazu? Am besten bitte nicht noch im BZ. Das hab ich mit Kilian und Michael gestern schon durch. Das hat mir gestern schon keinen Spaß gemacht. Also ich hab noch ein paar Szenen und so, du Jolos. Wir haben das auch nicht gemacht. Du hast gleich reingeklickt. Ne, ich wollte eigentlich noch Franz am Mächsten, aber du bist... Quatsch, alles gut. Ich bin's auch von gestern schon gewohnt. Alles gut bei dir? Es geht so. Es geht so? Es geht so? Klausurenphase, krieg rein. Hm? Klausurenphase, krieg rein. Ah ok, ja gut. Aber sonst alles Gucci? Oh, es geht so. Das will ich nicht hören. Sag einfach ja. Ach so, viel zu lange her, dass wir gezockt haben, ohne Scheiß. Ach, das ist richtig. Eieiei. Achter, Mensch, mir krieg ich Hilfe. Achter? Da sind neuner. Ach, die zwei neuner, oder? Ich michel und mir zwei Sekunden und... Ja. Na gut, aber bei euch ist doch egal. Ihr habt auch nen Zehner ein. Ja, hab mich jetzt noch schon 27er. Mein Clip hat auch das Potenzial, einen Siebener zu frühstücken, wenn er mich dann nicht vergewaltigen würde, wenn ich ihn nicht töte. Alter, drei Sterne auf der Knoll. Trink mir nur nichts. Nicht 100%. Ja, ich weiß. 100 oder nichts. Das ist es. Achja. Mal gucken, wer zuerst Karten für Schwimmen liegt, ne? Ach, warum werd ich wieder gehandicapt von den PTA-Typen? Hm. Fahr direkt rein. Ja, und der Steamer auch. Ich seh jetzt nicht, was mir hier irgendwie... Oh mein Gott, oh mein Gott. Geht doch schön. Vielleicht fahr ich doch nicht direkt rein. Wir fahren erst am PTA. Ja, mein Schuss ist in die Kette geflogen. Die Kette? Ja. Null Damage. Hauptsache getrackt. Was ist belastend? Können auch schon wenige abgehen. Kann ich schon mal aufgehen? Emil fährt weg. Okay. Wurde doch keiner, oder? In der Mitte? Doch. Nein, jetzt ist er runter. Sag mir, dass der PTA oben piekt, bitte. Habe ich gerade einfach nur TAPO verloren für nichts. Den Spot nehme ich? Das VK geht nicht mehr so gut. Nicht? So, angucke ich hier neben mir nicht mehr, ne. Ja, ich weiß auch nicht, was der da vorne nicht piekt hat. Den drei mit hat. Uh, achte. Jeder hat das Gesicht gekriegt. Ja. Da hat irgendjemand einen Baum gefällt. Vielleicht der PTA? Okay. Ich war auch unwahrscheinlich. Ich denke, der ist rausgefahren. Wir haben die komplette Map. Oh mein Gott. Ich hab da irgendwas missvollet oben. Ich bin gebounced. Geht die Arti nicht genau rein. Ich würde aufm Garde drauf krachen, ehrlich gesagt. Ja, an dem bin ich gerade doch recht gebounced. Einer muss mir dann halt helfen. Ich kann ihn nicht wandklippen. Wo ihm jetzt? Nicht? Gott, er trackt mich einfach. Das ist ehrenlos. Ja, weiß nicht. Der dürfte eigentlich brennen, wenn ich... Oh mein Gott, jocke. Das reicht jetzt immer noch nicht für den Schuss. Ja. Ich brauche hier jemanden. Ja. Also, ich brauche wirklich jemanden Hilfe. Ich bin geträcht. Habe ich. Alles unter Kontrolle. Sehr gut, weitermachen. Hey Tim, grüßi. Ein bisschen pieken. Ein bisschen pieken und spotten. Ja, hier läuft auch gerade alles weg. Ich mache gerade so Spot-Peak-Geschichten. Ja. Alter. Wo will der E5 eigentlich hin? Fährt er unten rein oder fährt er oben rein? Fährt er oben rein? Fährt er oben rein? Fährt er oben rein? Warum habe ich den PTA nicht? Warum sehe ich den PTA nicht? Der schießt doch auf mich. Hallo, Mr. PTA. Machen Sie Ihre Lampe an. Nicht genug Sichtweite, mein Freund. Doch, ich habe eigentlich sogar... Eigentlich, muss ich sagen, habe ich mit dem Ding sogar eine potente Sichtweite. Aber... PTA-Tanks sind halt... Giga OP. Sag ich dir. Na, scheiß drauf. Was soll's? Ich kriege ja wahrscheinlich eh nix, wenn du... Mann, eure BZ-Scheiße. Das geht mal auf den Sack, Alter. Ja. Ja, ich wollte ja auch... Ja. Also, weiß ich nicht. Diese BZ-Dinger sind einfach nur broke as fuck, Mann. Die müssen raus aus dem Leben. Erster Premium-Panzer, wo ich eine Petition für einreichen würde, dass er echt rausgenommen wird, ey. Oder du ihn auf dem Account hast. Nee, ich glaube... Wenn ich die Wahl hätte, ob ich ihn selber kriege oder der Tank rausgenommen wird, glaube ich gehe ich dafür rausgenommen. Ohne Scheiß. Weil er ist echt, also... Das ist eine Karre, die geht mir so auf den Sack. Da könnte der größte Trottel drin sitzen und der drückt die 800. Kann schon passieren. Hier. So gottlos. Ja, Mann, hallo. Wo sind sie? Die waren gerade da. Stehen sie da jetzt einfach in den Gebüsch? Ja, stehen sie da jetzt einfach im Gebüsch drin? Keine in dem Haus. Nein, in dem Haus. Komm da raus jetzt! Na, Alter, die kann! Ich habe ihn getrackt. Pumsen. Ach, bringt nichts. Ich habe eh... Ach, ich habe eh Spot. Perfekt. Ich habe meinen Spot gerade verdoppelt mit Track. Ach, Mann. Egal. Gut. Ich muss trotzdem Minus und weg anmachen. Beim BZ musst du ja auch 4K haben oder so. Ah, ich glaube da wäre nur 3,6. Der BZ hat 3,6. Nein, ich habe nur 3,6. Ach Gott, ich würde den gar nicht vorher sagen. Du machst mir gerade Angst, Alter. Ich brauche beim T77 schon 3,5 für 100%. Und finde das schon lächerlich. Also ich werde so Richtung zwischen 11 und 12 werde ich kurz meine Nudelauflaufpause machen. Mhm. Dann werde ich auch kurz den Stream dann einmal ausmachen. Danach werde ich aber wieder da sein. Cool. Vielleicht würde ich dann einfach an dich weiter löten. Wenn ich dann den Anstrom weiterspielen. Zum Beispiel. Würde ich dann einfach mal die Viewerschaft dann an dich weiterleiten und dann würde ich danach wieder kommen. Warte. Ja, wenn das Game nicht wieder hängen würde. Dann geht 3,7 für die dritte und 4,2 für 100 Cent. Ignacio führt gegen Bayern. Ahaha. Ernsthaft? Bayern hat die Woche auch gegen Leverkusen auf den Sack. Ich weiß. Ich bin ja Leverkusen-Fan. Glaub mir. Ja, ich weiß. Opa, glattrot. Oh mein Gott. Alter. Bayern raus aus der Champions League. Raus aus dem Pokal. Keine Meisterschale. Ohohoho. Tuchel, Bruder. Ciao. Ich weiß auch nicht, was der Mann machte da. Der hat sich so vercoacht gegen uns. Der hat sich so vercoacht. Der war größter Leverkusen-Trainer, Junge. Das war ja geil. Also Bowie aufzustellen, wenn er noch nie gespielt hat und dann gegen den Besten aus der Liga. Eric Dyer vor Delikt zu stellen. Und, ähm, ähm, pfff. Meiner Meinung nach geisteskrank. Fünferkette gegen Leverkusen ist auch ganz, ganz wild. Das hat uns ja voll in die Karten gespielt. Ja, das ist richtig. Weil wir hatten ja gar keine Gefahr bei uns in der Verteidigung. Ihr habt ja nicht mal einen Torschuss hinbekommen. Ne, die ersten 10 Minuten waren gut und danach ist steil weg. Ja. Aber wir haben euch auch an die Wand gespielt. Hilfe, Alter. Das war wirklich ein geisteskranches Spiel. Vor allem hast du auch für Pässe gezaubert wurden wieder von Würz und so. Joa, aber das war auch kein, also, keine Ahnung, mit so einer Leistung dürfte Bayern auch eigentlich nicht zweiter sein in der Liga. Ne. Wobei man fairerweise sagen muss, ich sag, wenn ihr so weitermacht, dann wird Stuttgart euch noch kriegen. Weil Stuttgart spielt auch einen guten Fußball. Richtig gut. Ich wollt. Wenn Stuttgart das 6-Punkte-Spiel gegen euch gewinnt, dann wird das nochmal ganz schön knapp. Euren einfach Dritter. Ja, das kann passieren. Ja, Leipzig und Dortmund wollen ja nicht. Dortmund wie gar nicht. Dortmund hat vor der Saison gesagt, sie wollen Meister werden. Mhm. Aber wussten sie auch nicht, dass Leverkusen das auch vorhat. Ja, nur das ein bisschen besser umsetzen als Dortmund. Ja, ich fand ja auch Watzkes Aussage geil, der erstmal gesagt hat, wir können uns mit Leverkusen nicht messen, die finanziellen Mittel von Leverkusen sind deutlich höher und besser. Ich so, in der selben Sekunde, ich so, und Bellingham's 100 Millionen, was habt ihr damit gemacht? Habt ihr euch davon Koks und Noten gekauft oder was? Das ist so schlecht. Aber ganz ehrlich, was willst du auch erwarten, wenn du 30 Millionen für einen Matcher zahlst? Ja, natürlich hast du dann kein Geld. Oder sammelst dafür, was ich, was viele Millionen holst. Das sind halt alles Codespieler. Also, sorry, aber was? Also, dafür gibts halt einfach kein Geld aus. Boah, hab ich da 53 dp eigentlich so geisteskrank rumgerüstelt da? Boah, warte mal, bin ich hier safe oder krieg ich hier so ein Ding ins Gesicht? Ohhhh. Das zeigt dir an, wo du safe bist, wenn du nicht gerade bist. Glaube ich fühl mich safe. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht kommt ein Cobra. Also, ich hab hier kein so ein Warnungsignal auf meinem Kopf. Kein Warndreieck. Ja, dann soll das okay sein. Bin safe, alles gut. Für das. Können wir die Cobra nicht einfach wegdornen? Ja, können wir. Hab ihr ihn gegeben. Oh, mein Schuh ist im Boden gefallen. Mein Schuh ist verschwunden. Einfach hingebleidet irgendwo, weil ich krank bin. Geht von Leichttrink angelegt. Hast du dir super erkennt einfach die Nudeln da oben? Hilfe. Ja, ich bin noch nachladen. Krieg's dann schon, voll dumm. Michael, Indian, Indian, Indian. Ja. Guck doch nicht durch. Super erkennt. Michael, du bist unplayed. Komm doch nicht. Geht doch, guck doch. Oh, lol. Ist das schlecht. Ey. Oh, das Timing. Ich kann das alles nicht mehr. Also, den töten. Der VK endet auch ab, ne? Der VK endet auch ab, ne? Der VK endet voll ab. Rennen. Volga hat Fragen. Geht die Capola mit Hash? Ja. Ja, geht sie. Geht? Ja. Ach, schon ab 27. Ich glaub, Patrick braucht da irgendwie Hilfe. Ja, Mann. Wär schon heftig. Sagt dir ehrlich. Ach. Was denn mit? Was denn mit du hinter dir? Mit dir auch schon an, ne? Nicht blocken, Michael, bitte. Nö, steht auch hier. Ja, fahr, fahr weg, fahr weg. Wenn du schießt, fahr weg. Oh, ja. Nicht blocken. Hey, Michael. Michael. Fahr doch vorbei. Oh, mein Gott. Hey. Diese Gun ist eine Fotze. Und zwar die ausgeleiertste Flatterfotze, die ich jemals in diesem Leben gesehen hab, Alter. Michael, dir ist schon klar, dass ich die Typen nicht killen kann hinter dir, ne? Du bist ein bisschen gierig gerade. Ach, die sind mittlerweile immer tot, oder? Nein, ich lade. Die werden dich töten. Nein. Noch jetzt nicht mehr durch, alles gut. Nein, Kollege. Da steht noch ein Skorpion, ne? Nein, ich lade kürze. Diese Gun ist geisteskrank. Wieso? Er ist krank schlecht Doch so gut Ja dies Das ist der Witz Mit der Gang daneben fliegt teilweise Ist wirklich bescheuert Ganz voll einnehmen Das Ding ist trotzdem jedes Mal ein Glücksrad Ich kann das alles nicht mehr Dieser Tank ist so scheiße Diese BZ-Kacke geht mir so auf den Sack, man Spielst du wieder Stretch? Ja Und gibt jetzt BZ-Verbot, Jungs, das ist es nicht Ich muss doch sagen, was wir spielen sollen Einfach nur, kein BZ, das heißt mir vollkommen Wurst Wir können alles spielen außer BZ Ich hoffe, wir beraten es nach Wenn ihr meint, ihr müsst das machen Trotzdem noch anschlussvoller als BZ Oh, ich spiele das ganz toll Ich habe so verloren auf Tier 8 Ich weiß echt nicht, was ich spielen will Okay, dann lass mich mal Zeit Aber vielleicht gebe ich aber schnell auf Klo Ich muss nicht dringen Ich darf Und gleichzeitig Lanzen weg Die Mсть Die Messe Die Mene Die Mäse Die Mäse die Mäse Die Mäse die Möse die Mäse Die Mäse Die Mäse Die Mäse Die Mäse Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß, was ich spiele. Bin ich mal gespannt. Ich hab den nicht. Ich kann den nicht lernen. Wenn er sich jetzt beschwert, dann weiß ich auch nicht. Wer da? Hey, Mojito. Kannst du dich nicht beschweren. Ja, ich seh schon. Doch kann ich. Jetzt fährst du den Gunmark-Weges hoch. Was? Runter oder hoch? Jo. Ach, PSG führt schon 2-0 gegen San Sebastian. Bayern kriegt's wirklich aus dem Maul. Ich kann das alles nicht mehr. Unfassbar. Bayern hat null Torschüsse schon wieder. Ach du Scheiße. 2 Spiele in Folge 0 Torschüsse. Ihr werdet so aus Maul kriegen. Hilfe. Was ist denn bei euch los, ey? Ich versteh nicht, warum Nagelsmann nicht bei euch geblieben ist. Also ich hab Tuchel nicht verstanden. Ich weiß nicht, was der sollte. Er ist freiwillig gegangen. Er wurde gegangen. Ja, ja, ich versteh nicht, warum ihr ihn nicht behalten habt. Also, was die Intention war, Tuchel zu nehmen. Ich fand auch nicht, dass der Fußball das irgendwie am Ende Notarmann war, Nagelsmann auszutauschen. Nagelsmann hat viel attraktiveren Fußball gespielt. What the fuck? Guck dir mal Tuchel seinen Fußball an. Was ist das da? Stimmt. Deswegen bleibt der auch nirgendwo. Was ist das eigentlich für ein Protter auf dem Ohr? Ich weiß es nicht. Der Typ ist roter als meine Tomaten. Ungewusel da unten. Mach mich voll nervös. Das ist die Gang schlimm. Was? Hä? Ich red mich. Jetzt weiß man, was ich die ganze Zeit durchmache. Drei von drei in den Boden. Mann. Das ist heftig, ne? Ich spiele schon auf Gaming. Also, ich habe schon Zielführung und so ein Shit. Ich weiß auch, warum ich den Tank nicht spiele. Ja, das Potenzial ist okay, aber... Gib ihm mal einen Schuss mehr? Vorsicht oben. Ne, einen Schuss mehr braucht er nicht unbedingt, aber vielleicht die 36 Sekunden nachladen. Naja, oder halt einen Schuss mehr. Für die 36 Sekunden. Dann ist... Ja, das wäre okay, aber ich finde 36 Sekunden einfach insgesamt zu viel. Weil wenn du so runterrechnest, bist du bei 12 Sekunden pro Schuss, denk dann bloß, keine Turmpanzerung, ne? Also... Ja... Wird das nicht pieken. Bin ich ganz ehrlich mit dir. Irgendwas müssen wir ja machen. Ja, einfach nicht sterben ist erstmal der Plan. Wo steht 4 zu 2? Scheiße. Von uns bietet sich ja leider keiner an. Unser Karavan steht ja wieder irgendwo. Vielleicht kann man von hinten ran pieken. Und das halt schmerzhaft wird, aber... Aua. Von unten. Ja, denn niemand kommt schon... Irgendjemand fällt auch immer hier runter wie so ein Trottel, bitte. Brauchen wir mal so ein Trottel-Typen. Da stehen die alle da oben. Das ist halt echt nicht so geil. Vielleicht kann mich hier mal ein paar Schüsse da rein sehen. Wenn ich die sehe, ja. Aber... Kann den nicht mal überraschen. Äh, jetzt kracht's hier gleich. Ja. Was, Eki? Das ist alles gut, was hier passiert. Doch, alles gut. Ich weiß schon, wenn du den gleich greedy machst, springt er dich an. Ja, ich hab ihm gerade den ganzen Clip gegeben. Ich will ihn provozieren. Weil jetzt kann Michael dann eventuell... ein bisschen winkeln und tun, weißt du? So. Ich hab zum 3K. Ich wär' ich mal da unten stehen geblieben. Ich hab halt den ersten Eintritts auf den Hill gemacht, ne? 2 Minuten tankt er. Ja, du hast die anderen Trottel abgefarmt da unten halt. Ja. Konnten wir halt nicht farmen, oder nicht so richtig. Mit 36 Sekunden reload, da war schon alles tot. Oh, ich lade noch. Null aus 3. Du bist ein Hurensohn-Panzer. Also diese angeblichen 300 Millimeter sind die größte Lüge auf dem Planeten. 100 Millimeter. Da glaub ich ja eher jemanden, der sagt, Tuchel ist ein guter Trainer. Wer hat dem Clip... Lass uns den... Hä? Der hat einen Engel auf dich. Digga, was mit ihm denn, Alter? Der hat einen Engel auf dich gegangen. Was ist denn... Was ist er für einer? Vor dir. Ja, ja, alles gut, ich weiß. Es ist alles gar nicht gut, was hier passiert. Ich hab noch 7, by the way. Den Type-Kicken? Das war ein 3 aus 3-Clip, du wirst ein Lotto gewinnen. Ich hab 3 aus 3. Ja, ich sag ja, du hast ein 3 aus 3-Clip, du gewinnst jetzt ein Lotto. Boah, ich will nicht sterben. Gut. Vorsicht, da hat so einen komischen Jesus-Engel oben rüber. Ja, ich weiß. Die Runde ist noch nicht so gewonnen, wie wir gerade spielen, ne? Ja, ist schön. Wir sind ein bisschen gierig. Ich weiß, glaub ich, nur. Ich glaub. Ich würd den Type ja peaken, aber ich glaub, da steht der Hold-On. Nee. Doch nicht. Ah, der ist besonders Hold-On über uns. Ja. Ich kann mir auch keinen mehr taken. Ich würd den gerne peaken, aber... Kannst du ihn irgendwie... Kannst du ihn irgendwie weird spotten? Also... Für die Gunner-Wand-Tripper. Er ist quasi nicht zurückgefahren, als er... Als er Wand-Tripper. Der Prot hat überlebt. Der ist nicht gestorben. Äh, mich hilft, mich hilft, mich hilft. Ja, ich muss mich um... Sonsten steht immer noch... Den hast du kurz mal weggemacht, ne? Hänge ab mit dem Mann. Ich kann ihn gar nicht peaken. Weiß er mich hin? Kann das nicht. Ja, der muss peaken. Oh, der hat die gar nicht peaken auf mich auf jeden Fall. Echt? Hat der so viel? Ja, wenn der sich ein bisschen... ein bisschen seitig stellt, dann hat er die. Alles gar nicht gut. Kannst du unter ihn fahren und provozieren? Dann... Ich wär gleich ready, ihn voll zu klippen. Wenn ich da vorne peake, bin ich dead. Wo ist im Wald? Was ist er? Wie war er von unten? Wie sieht er aus? Gar nicht gut. Die haben mir kein Problem. Ne, er hat sich geworfen. Aus... Der braun... Ah, Mann... Kann jemand den Prototyp fahren? Das ist mein Spot. Nein. Warte. Geil. Verhalten in der Runde. War alles, was ich machen wollte. War echt ein Kack-Game. Ich hab nichts mehr gemacht. Nein, in dem Game. Los, komm. Finde ich super eigentlich. Irgendwo... In einem Busch. Hat der eigentlich den Prottsfeuer gelegt? Oder der... Ja, der Prot. Aber egal. Christ hat mich auch gekillt. Wahrscheinlich sehr lange, Sarah. Also jetzt... Gleich mach ich kurz einmal einen kleinen Break. Mach einmal wieder Nudelauflauf fertig. Bin so eine Stunde wahrscheinlich weg. Eineinhalb. Dann geh ich wieder live. Spre mit Jock ein bisschen weiter. Warte mal irgendwie ein, zwei Stunden Pause machen morgens, wo ich pennen gehe. Und dann von 8 bis 1 durchstream. Wie kommt's eigentlich, dass du morgen nur so viel Zeit hast? Äh... Morgen habe ich Berufsschule. Und ich hab heute überschlossen, ich hab morgen keine Berufsschule. Weißt du? Weißt du? Sie sich verstehen, ne? Mhm. Ich denke, es ist auch eindeutig. Also jetzt hier. 17 Redaktion. Wie kommt's Ihnen also dann. Mal dellədiat! Weißt du? Vielen Dank. Vielen Dank. Er hat viel zu lange, dann kriegst du ja keinen Schuss drauf auf die Typen da oben. Doch, Michel hat einen gekriegt. Er lädt ja auch nicht 36 Sekunden nach. Michel blockt mich. Skoda bitte nicht schieben, Skoda. Alles klar, Skoda. So willst du das also? Der Skoda ist ein degenerierter Hurensohn. Möchte ich da schnell festhalten. Der mich jetzt hier runtergeschoben hat. Jetzt stehe ich in der beschissensten Position, in der ich in meinem Leben jemals gestanden habe. Genau, ich komme hier auch nicht einfach entspannt raus. Meine Fresse. Wirklich, diese minderwertige Ratte mit seinen 708. Weißt du, selbst wenn er auf dem Klo sitzt, kackt er daneben. Das ist unfassbar. Wie kann man denn so einen Haufen Scheiße sein? Ich fahre jetzt höchstpersönlich da hoch und schieb dieses Missgeburten-Feeder wieder runter. Höchstpersönlich. Reportet den übrigens, meine Skoda. Was fährt der denn auf der Seite aus? Oh, der neben dir hat kassiert. Habt ihr den Skoda gerade reportet? Das ist wichtig. Reportet den Wort, Gott. Ah, 1390. Ich weiß, dass da oben irgendwas ist. Mir egal. Ich darf einen Skop in G. Mein Gott, da ist ein Skorpion. Komm, ist da ein Skorpion. Ja, ja, Kati. Das ist geisteskranke Stimmung hier gerade. 1370 bricht mich und dazu kriege ich noch Teammates. Die sind Bananenstockbrot. Jetzt stehen wir hier alle stuck wegen dem Skorpion. Ich kann das nicht mehr. Ich dachte wenigstens, es muss ja leid machen, ne? Ich kann sich nämlich noch eine fangen von dem. Der ist im Busch, oder? Der ist ja unten. Der ist unten, oder? Nee, der steht oben. Den Spot nehme ich. Der Artis. Okay, sind wir sogar even. Hm. Nur ist Meme, so eine unschöne Karte zu pushen. Ja. Auch um nicht zu pushen, ist die Karte unschön. Kann sich Heiler spielen, Michael. Weißt du, weißt du, was ich einmal ärzte vermisst hatte? Der ist schon da. Noch mehr als Zocken an sich, habe ich die Kommentare dabei vermisst. Ja, Mann. Weil egal wie, weißt du, weil egal wie schlecht dein Tag war, wenn man mit dir eine Stunde am Zocken ist, ne? Du, wenn du danach nicht am Grinsen bist, dann war dein Tag jetzt wirklich, wirklich beschissen. Oder, ich weiß nicht, du hast irgendwas falsch gemacht. Aber wenn man bei dir nicht lachen kann, dann, ne. Das fülle ich. Weißt du, ich spottet den CCC und der Skopform spottet den nicht. Weil ich die Hoffnung in der Artis zu sehen nicht schießt, aber ich glaube, ich sehe den nicht. Äh, die 212 steht da. Komm, sagst du mir das? Die andere? Wenn du dich vielleicht selbst stellen kannst. Ah, die andere ist nix in der Ecke. Ah, Artis tot. So, ist links in der Ecke. Einfach mal schön ein Heat-Clip da reingeballert, damit es noch wehtut dem Portemonnaie. Ja, ich fühle auf jeden Fall, das Game hier gerade ist, äh, ist... Ja. So, der CCC aimt ja nicht auf mich, ne? Wenn ich jetzt das Vollgas hier in der Mitte runterpaste, kann mir doch gar nichts passieren, oder? Ah, das ist noch 705. Ah, chillig. Vergessen. Der Blint. Ja, das impide ich ja auch auf dem Übel, ne? Wenn man essen auf geht. Das ist nicht gut. Du redest. Nein, der ist rechts im Busch. Ah, ich hab links in den Busch reingefeuert, kompletten Clip. Mit Gold. Achso, die Arti. Mit Gold. Mann. Die Arti holt ihn einfach. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Kann man machen. Na toll. Du bist ja weggefahren. Ja, unser BZ mit Turbo-Pall hat den CCC einfach einen rein. Äh, CCC, es gibt keinen Grund jetzt auf mich zu schießen. Also ehrlich. Doch, anscheinend schon. Ja, wie steht denn, dass der von überall gepennt ist? Ich kann ihn gar nicht verschnen auf ihn. Wait, war die gerade... Hab ich sie geblindet? Mit dir hat er weniger abgehend. Oh, vielleicht. Was ist von dir sein? Vielleicht. Er hat gepasst, ne? Ja. 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 Äh, ober, das ist gar nicht gut. Tatsächlich, ja. Angebixt. Guter Goldchip. Ja. Das Spiel ist vorbei, Bayern, Leipzig, ja. Bayern, Lazio, hat Bayern echt verloren? Ja, ja. Nichts mehr passiert. BTF, Bayern. BTF. BTF, fressen von uns eine geisteskranke Packung und werden jetzt von Lazio genudelt. Ich habe zwei Spiele in Folge verloren, jetzt ist Tuchel weg. Hoffentlich. Bayern vor allem ohne Torschuss, ne? Ich zeige dir, wie es ist, hoffentlich weg, aber nicht. Bayern einfach ohne Torschuss, ich kann das also nicht mehr. Aber ich frage mich, wer dann zu Bayern kommen soll. Gabi Alonso braucht ja gar nicht versuchen. Warum sollte er zu Bayern gehen, wenn er mit uns Meister wird? Ich glaube, er geht zu Liverpool. Nein. Gabi bleibt noch in der Saison, 100% und dann geht er zu Real, wenn Angelotti aufhört. 100%. Der ist Real-Legende, da sehe ich ihn auch. Ach, Kommando in der Mitte. Oh, Alter, warte. Ich will die Garmac auch irgendwann mal fertig haben. Ich hoffe, dass du nicht den ganzen RNG verbaut hast. Habe ich gerade. Ich habe Torpedo Torsten da gerade gut gefarmt. Das ist drei. Wer hat 100 Kripp, ne? Ja, Tode sind dann, wie ich damit geht jetzt. Weißer. Hör ich mich hin? Servieren. Ich bin noch im Reload. So ein Upsoft, ne? Das war ein guter Clip. Dieser Reload ist so ewig. Das ist Fakt. In der Zeit hat Michelin schon zweimal nachgeladen. Ja. Das ist Fakt. Und macht auch einfach mehr Schaden. Mehr Schaden. Ja. Ich bin mal gelogen. Nicht übertrieben, gar nichts. Das ist einfach. Ich habe drei K. Äh, jetzt nur drin. Können wir da hinten noch vielleicht hoffen, dass wir von der siebener Wanderung noch ein bisschen was abkriegen. Du musst noch hier 203. Ja, vor uns. Also du musst auch hier alleine inhalieren. Ach, der dreht auch noch zu dir. Ist das schön. Bitte zu mir. Hallo. Ach, Mann. Du musst dich nicht mal mehr nachladen. Warte, warte. Der Schuss geht aneben. Ach, Mann. Ich lade jetzt extra noch mal ein Clip nach in der Hoffnung, dass ich noch ein Kriechen vollen. Könnte sich aber auch schon als falsch rausstellen. Gut, ja, ich lade jetzt. Ey, Mann. Ich hab noch fünf. Digga, ich renne da, hat die hinterher, ne? Ja, die renne mir hinterher. Ich hab nur keinen Clip, Reddy. Ja, die gibt mir den Panshot von hinten, wenn das so weitergeht. So weit kommt es nicht weiter. Mann, ich bekomme nichts mehr. Ich bin damit schnell. Hat sich geloadet noch durchzuladen, sehr gut. Hat das richtig gemacht. Nicht tracken, MrKV13. So machen wir das nicht. Du hast doch nur geloadet, ne? Ja, ich geh doch haben damit. Haben einen Decap bekommen mit Ram. Stopp. Oh, ich bin nur noch hinterher gefahren. Ja, du hast aber am Anfang auch genug reingesaftet, Meister, ne? Am Anfang hatte ich nur zweieinhalb. Oh, der macht halt nur noch alle Decap Clips, ne? Du hast mehr als ich. Ich spiele auch besser als du. Die Winrate ist gut. Oha. Wenn man 90% haben, wird man sich ja voll. Fühlt sich das irgendwie nicht so an, als ob ich die Gammark von vorne mache. Bis jetzt kann ich wirklich behaupten, dass ich Richtung 100% gehe. Aber ich weiß nicht, bei 92% Gammark auf 100% schreiben ist irgendwie so komisch. Was brauchst du noch mal? 3, 5. 3, 5. In 3, 5 viel zu viel auf der Karre. Viel zu viel. Da fand ich bei 122 TM schon lächerlich zu viel. Musst du halt mal fragen, wo die ganzen Werte herkommen, ne? Ja, das ist es ja. Mit der ungenauen Gang kannst du ja noch nicht erzählen, dass die Leute im Schnitt fucking 3, 5 machen. Das können die Leute auch bestimmt nicht machen im Schnitt. Ja, und der 22 TM hat auch 3, 5 und ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Oh, da sind 7, 5, 6. Ich folge mal dem grünen Krachkommando hier. 20 Minuten habe ich noch Personal Booster. Das heißt, zwei Runden mache ich noch mit und dann gehe ich kochen. Mhm. Mein Chili con carne steht schon auf dem Ofen. Das werde ich mir nachher auch schön die Ligen irgendwann zwischendurch mal reinziehen. Man muss doch nur gerade ausfahren. Mein einzig gut an der Kiste ist die Mobilität. Ich bin so ein bisschen schnell genug, um irgendwas zu catchen. Ja. Kein Medium ist ja. Ich wollte den langsamen Med würde auch noch gehen. Gebounce. Ich hätte besser gameplayed und zwei Entschluss bekommen. Moment, hast du auf rechts pieken? Sehr geil. Ich bin an dieser Flipkarte hier irgendwie umgespastet. Äh, nee, das mache ich nicht. Kann er pieken. Der hat ja nicht die Pen. Ich bin hier. Aber ich habe eh schon aufgehen gehört. Fahrer, Richtschütze, war draußen. Geh weg, das bringt nichts. Und Ammo. Werden nach vorne hinfallen und dann... ...Penion, Cylon platt machen. Arsch. Der hat die BZ-Pen, ne? Aber... ...hat der nichts. Die pushen halt schon. Der Geist ist gleich. Der O-Hu hat sogar zwei Guns. Ich habe doch geschenkt auf dem Denk. Echt? Ja, wenn du ihn kaufst und werfst, äh, hier im Vorschussbaum, kriegst du direkt eine Gamma. Und die zweite, wenn du das Battle drückst. Sag mal. 300 Pen für den Arsch, oder was? Oh mein Gott, war das ein geiler Flip. Jetzt pusht der, wo ich lebe. Äh. Ja? Was passiert da? Da kommen ein paar Pans. Warum drückt der schon weh? Bisschen früh für weh drücken. Ich drück auch mal weh. Drückst weh oder drückst es? Ne, weh. Weh in Richtung es. Äh, probiert doch manchmal keinen Scheiß da jetzt. Kann ich nicht vollklippen. Ich bin einfach ohne Krass. Gebaunt. Ich hab das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Zu gierig. Ich bin offiziell zu gierig gewesen. Das ist in Ordnung. Mit dem Tänik kannst du auch einfach nicht gierig sein. Ich weiß nicht. Man kann eigentlich nicht gierig sein mit 36 Sekunden. Wie laut. Ich glaube es ist einfach angenehmer mir Rektalsalbe in die Nase zu schmieren, als diesen Panzer zu spüren. Und dann ziehe ich mich von der Zuni, der Cross the Man. Oh Mann. Jo, 1,9. Das war mal eine solide Analflöte. Das wäre auf jeden Fall eine gute Gillette-Werbung geworden. Also Caliban würde ich nochmal gespielt, ey. Ist ein bisschen zu gelb für, glaube ich, ne? Ja. Peaks für 189 Damage und stirbst. 188, ja. Doppelzwecken, Ammo-Lager. Rechtsschütze und Fahrer raussauen. Hier mit Paalfüssen. Braucht man halt auch nicht mehr reparieren, ne? Na, stabile Rundehöhre. Und seit einem 1.40 geht's gut da unten. Da ging es immer noch dran. Die Nase haben halt auch legit so wenig AP, wenn man aber echt noch machen könnte, wenn wir da ein bisschen mehr Tanks rausgenommen hätten. Und so wurde aktiviert. Da weiß ich, unser 1.40 meint, das nimmt das irgendwie zu ernst mit dem Passiv-Spawn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt noch darauf hofft, dass jemand auf irgendwas schießt, aber ich will ihm das auch irgendwie nicht ruinieren. Ich will ihn einfach cap'n, bitte. Bitte so rum. Ne, na, ich gucke, glaube ich, nur in die richtige Richtung. Oh, den, das ist ein Fall. Eigentlich, das kann ich nicht mehr vollnehmen. Ja, ich hab' die schon oft, die schießen alle vorbei. Brauns in aller Linie. Oh, ist unfassbar. Ja, 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 schieß mal rein auf den Typen. Alter. Gelber, als die Polizei erlaubt. Wieder dir. Aber auf dem hat er noch reingekriegt. Ja. Weiß mal, wenn nach geht's dann, wie gesagt, hat der Paulge weiter. Warst du da mit Michel, oder? Ich weiß nicht, ob ich... ... bin oder nicht. War den jetzt gerade fast auf 3K, er wird, stimmt. Ich weiß auch, was sein kann. Ja, guck mal, ich werd mich auf jeden Fall bei dir nochmal einklinken, gleich, okay? Nach dem Essen. Kann aber sein, dass ich jetzt heute Abend nicht nochmal anmach und dann halt morgen früher anmach. Könnte auch sein. Ah, dann würde ich noch ein bisschen mit dir im Platon fahren. Ja. Dann kann ich meine Crills wieder rein. Na ja, aber schon wieder 12 Millionen gemacht gestern. Vorgestern. Wollen die Bette da eigentlich treiben? Ja. Ah, war getrackt. Voll in die Wand geschossen. Länger. Der hätte kassiert. Ich hatte ihn auf Track. Noch mal auf Track. Alter, 3 aus 2. Auf den 50-Me. Ja, das war noch das höchste Gefühl, ne? Diese Runde wird es hier nicht mehr geben. Ich werde jetzt alle rasiert einfach. Also, ich werde jetzt noch mal auf Track. 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 Ah, nun Mann, vielen Dank dir für den höchsten siebten Monat, wir kommen zurück. Vielen Dank dir. Wie soll ich die Ehre denn verdienen? Sehr nett. Oh, heute läuft gut bis jetzt, war jetzt aktuell 2K auf dem Tank hier gerade, ich hoffe, dass der Tank halt geisteskrank reintrollt, das machen die Runden gut, ich mache einen. Ich kann das halt nicht so geil auf dem Tank, ich mag den nicht. Aber an sich, also es läuft gut, ich mag nur den Tank halt überhaupt nicht. Könnte nicht jemand den Ding spoten? Überhaupt nicht. Schnell, Pew, ich kann es nicht beschießen, steht hinterm Wort. Ach, der beschießt mich die ganze Zeit und farbt mich, ja. Oh, nee. Oh, Mann. 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 Da ging Patricks letzter Schuss pro einfach wieder fliegen, oder was? Eine Köln-Laube noch machen. Ja, aber ja, dass ich den nicht so treffen ist okay. Das hat mehr Glücksschuss als alles andere. Das hat mehr Glücksschuss als alles andere. Das hat mehr Glücksschuss als alles andere. Können uns nix, was sollen die alles machen? Wird weh drum. Ne, warum? Die haben nur langsame Happys, da kommt doch niemand rechtzeitig an. Ich werde ein Gegner rechts. Rechts. Machen wir noch ein Zehner-Volt wieder nicht mitspielen. Vorne rum? Ja. Das ist männlich. Immer. Das würde eh nicht viel sein. Eigentlich können wir voll durchkrachen, weil was soll hier kommen? Vielleicht gibt es einen kompetenten Menschen, der da vorne langfährt oder so. Also, du wirst uns vielleicht der Patri oder der TS54 oder so, die da gleich sind. Aber VK sind viel zu langsam. Richtig. Er ist noch da hinten. Ich dachte gerade, ne? Ja, ich dachte auch schon, ich dachte kurz auch schon, was so ein Fick ist hier gerade passiert. Das ist der VK, der erste, der aufgeht. Ich glaube, der kann den Halbant spielen, ne? Kann der halt echt. Das ist ja kacke. Der hat auf Gold um. Kannst du immer pieken, Michi? Ich glaube, der kann die nicht pennen, der andere. Oh mein Gott, der hat. Ah ja. Der ist, der ist, der ist orangener, als es eigentlich die Polizei erlaubt. Aber das rafft er. Okay, ich brauche mal, ich muss da, ich muss. Bin ich. Ja, warte, sorry. Ich will nicht so da stehen. Stell dich hinter mich. Immer so. Wie hat er das gerafft? Was ist denn? Da sind hier 54. So. Links auf der Seite, ne? Ich glaube, wir brauchen die hier gleich. Äh, ja. Meine AP gesehen, Patrick. Oh. Hinter uns ist nicht, Michi, alles gut. Wir sind hier safe. Also sind tot. Ja, wir können nicht mehr weggehen. 110. Start halt. Wir müssen fokussen, Michi. Wenn wir die Kanone nicht rauskriegen, gehen wir hier down. Wir können dankbar sein, dass der 110 sich gerade wegschmeißt für uns, ne? Kommt hier zur 90. Die Seite kommt das. Noch ein Resort für uns, Patrick. Komm. Also, wie schön, sonst, äh. Oh, also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Joggle, wir wollten unten rein, ne? Also, ich weiß nicht. Du bist ein paar Höhenmeter falsch, irgendwie. Ich, ne, ich hab vergessen, dass es bei dem Event der Seiteneingang zugeht. Ich glaube eher, dass du einfach gelb bist. Ja. Confirmed gelb. Also, ich fühle, wenn ich du wäre, würde ich einen Turbo zu hinten hier rüberspringen. Das wäre echt peinlich schon. Was haben die bitte für einen Tinker in der Base? Oh. Also, das war schon nicht so geil gerade, Joggle. Hätte ich da unten echt gebraucht, dann hätten wir die krachen können. Mhm. Du bist der Einzige gewesen, der hätte was hätte pennen können. Nein, so, Hattie ist hier 15, so kannst du alle pennen. Ian hat gestern reihenweise VKs in der Capola weggesniped. Das hab ich vorhin auch gemacht mit einem. Siehst du? Blüben. 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 Ja, das hab ich vorhin auch gemacht. Ich mag die Map immer noch nicht. Eben sieht generell nicht so gut aus. Hey, Chat. Wie gesagt, ich mach jetzt erst mal den Break. Es kann sein, dass ich mal live gehe. Ich will es nicht versprechen. Ansonsten gehe ich auf jeden Fall morgen früh wieder live. Dann wird es relativ früh werden, so sechs oder sieben. Was ist jetzt hier Joggle? Was könnte ich sagen? Später auf jeden Fall.